Die Ausgabe beginnt. Auf der rechten Hand in den Schritt abbreitet. Rechtsklick, links marschieren, auf. Marsch. Andern, fahren. Fuß. Achtung zu einem Leichtrecht ab dem Arbeitsrecht ab. Leichter. Auf der rechten Hand. Durch die ganze Bahn wechseln. Mit der kurzen Seite aufsetzen und auf den Zirkel geritten. Auf der rechten Hand. Auf der rechten Hand. Auf der rechten Hand. Achtung zu einem Arbeitsrecht ab. Achtung zu einem Arbeitsrecht ab. Auf der rechten Hand. Auf der rechten Hand. Abteilung. Schritt mittelschritt durch die ganze Bahn wechseln. Auf der rechten Hand. Und auf den Zirkel geritten. Ansteigung des Arbeiten in den Kogalok, die machen, ganz selber. Faktereinigungs-Arbeitstempo 08. Mit der langen Seite. Anfang links und Marsch. Anfang rechts und Marsch. Anfang rechts rechts, links passiert auch. Marsch. Und dann Marsch. Und dann langs in den Schaden verlassen. Nummer 8, Versulprüfung Klasse E. Gestiftet wurden die Geldpreise gestiftet von der Erzeugergemeinschaft für Qualitätstiere und der Ehrenpreis. Auf dem 7. Mit der Wertnote 7,3. Die Programm Nr. 261. Perde. Mit Svenja Krönemann vom Leitkopf-Wahrverein. Maaßen-Zuley. Auf dem 2. Platz. Mit der Wertnote 7,3. Die Programm Nr. 261. Zum 3. Von 3. 5. Ra Hamburg. Auf Platz 3. Mit der Wertnote 7,0. Queen of Moses. Mit Franziska Schultze. vom Reitverein zu Beide, auf dem vierten Platz, die Programme Nr. 36, Chef Dritten, von Rhein- und Warn-Diebhaus, vom Reit- und Warn-Verein, Dieb Bastog, der Nummer 6,9, und gemeinsam auf dem fünften Platz, die Programme Nr. 39, Schillipepper, mit Wiener Ebner vom Rhein- und Rheinverein Wassow und ebenfalls mit der Wertquote 6,8 die Programme Nr. 40 T, Eskalikur, mit Nathalie Bögershausen vom Hiesingreif- und Rheinverein Neuer Brülle und auf den siebten Rang ebenfalls, mit ganz stolz drauf, vom Hiesingreif- und Rheinverein Neuer Brülle die Programme Nr. 171 für die Pflege der Alotta-Küfte, Wertquote 6,7 Das Wert ist nur zu groß, um decoriert zu werden. Wir gratulieren der Siegerin und dem Platzierten und unter dem verdienten Applaus der Zuschauern abzubrechen. Zum Ehren und Glück! Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020